Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Bitte kommen Sie mit. Was für ein besonderes kleines Salzgefäß. Es handelt sich um sogenanntes Rubin-Glas, also rubinrot gefärbtes Glas. Das kennen wir schon von mittelalterlichen Kirchenfenstern. In der Barockzeit, also im 17. Jahrhundert, war das eine große Kostbarkeit und gefragt an allen Fürstenhöfen in ganz Europa. Damals mischte man, um die rote Farbe zu erhalten, Gold dem Glasgemisch bei. Das funktioniert aber auch mit Kupfer und deshalb konnte sich rubinrot gefärbtes Glas auch Ende des 19. Jahrhunderts in großbürgerlichen Familien verbreiten. Dieses kleine Salzgefäß hat noch zusätzlich Verzierungen in Blütenformen aus Eisen und auf dem Deckel sitzt ein kleiner Papagei. Sicher stammt es vom Tisch einer wohlhabenden Familie. Vielleicht war es aber auch ein Geschenk, z.B. zu einer Hochzeit und wurde gar nie als Alltagsgegenstand gebraucht, sondern in der guten Stube präsentiert, ausgestellt als Kostbarkeit. Das ist Kostbarkeit. Das ist Kostbarkeit. Das ist Kostbarkeit. Das ist Kostbarkeit. Vielen Dank.